Die Lesung zum Sonntag Als ich ihm, die Sonnenkian, der grell verdunkelten Augen blickte, stieß ich groteske, tödlich wirkende Atemgase gen Mond aus. Er wuchs plötzlich und es kam mir gar so vor, als wolle er den Himmel berühren, was er aufgrund seiner körperlichen Unterlegenheit aber nicht durchführen konnte. Doch plötzlich, als ich den geechneten Apfel aß, umrang mich eine Schallwelle von vorne. Sie wuchs aus dem Gestrüpp, das ich als Verzehr für die siebte Woche geplant hatte, was mir gar nicht in den Kragen passen musste, es aber trotzdem tat. Als die eloquente Verzweiflung aus seiner übrig gebliebenen Gehirnmasse entfleuchte, gelang mir ein letzter Gedanke, den ich aufgrund der Tatsache, mit der ich mich tagelang beschäftigen werde, zu verlieren vermocht haben könnte. Ich fuhr schnell und auf jedwegen wegen gelb-blau gestreifte Ampelhälse nieder, die ich kurz zuvor in meinem Haus verstaut haben sollte, was ich aufgrund der stundenlangen Nachrichtenberichtigungen nicht schaffen wollen könnte. Dies entpuppte sich als grotesk wirkender Fehler ohne weitere Konsequenzen, doch es war ein furchtbares Geschehen. 10. Geschehen Damit konnte ich nicht leben, was allerdings der Tatsache des Todes eines Vermächtnisses aus Ironie zubrachte. Ich begab mich in meine standhafte, wunderbar angefertigte Position des Denkens, welche sich aus acht kristallernen Fernbedienungshalterungstransportmaschinen zusammenstellen sollte. Ich konnte mein Lachen aufgrund der ernsten Situation nicht zurückhalten, was mir Frohlocken und Gutmütigkeit entgegenbringen sollte, welche ich aber niemals bekam. Der Pfeil bohrte sich wie aus dem Nichtsgeschossen in mein mittleres Knie, welches ich am Vortrag amputieren gelassen haben könnte, sollen. Gut, dachte ich, es konnte schlimmer werden, doch ich war zu stolz, um dem Schmerz nichts entgegenzusetzen. Welch unbegiebiger Fehler, der mir bereits zum sechsten Mal das größenwahnsinnige Leben kostete. Ich überlebte den Sturz knapp und ohne Schäden zu nehmen. Bis auf die Prennungen und die tödlichen wirkenden Gehirnerschütterungen bekam ich vom unnachgiebigen Schmerz alles mit. Ein weiterer Angeklagter fuhr mit einem Lastwagen vor die Fensterscheibe meiner braun gepunkteten Hundehütte, die meiner stehlenden Katze gehören vermochte. Als die Haustiersitzung begann, konnte ich jedoch keinen Vogel vorweisen, was mich in ein tiefes Schweigen fallen ließ, das einem Koma gleichzusetzen ward. Ohne einmal mit der Wimper zu zucken, ließ ich meinen Greifvogel, welchen ich namentlich niemals anerkennen vermochte, auf die kleinen Kinder los, welche auf dem Privatgrundstück meines bereits verstorbenen, frisch verheirateten Nachbarn eine Klassenfahrt veranstalteten. Diese Nacht war von grausamen Wundern und ekelhaften Gestalten, die ihren Müttern ähnelten, stark verschönert worden. Ich empfand dies als freudiges Gefühl meiner eigenen Kompositionen, die ich gestern Abend noch machen werden könnte. Doch auch heute weiß ich, dass selbst solch ungezogene, wahlig stiebliche Möhrenträger eine Chance auf einen schlechten Beruf als mein Nachbar haben sollten, falls ich ihnen jemals zutritt in meinen kleinen Ort namens Lebens verschaffen sollte, was aber einer Wahrscheinlichkeit von 322 entgegenkam. Sie schuft, rief ich ihm entgegen und bewarf die Belgier mit einer geschlossenen Haustür mit kilometergroßen und ellenlangen Prostituierten. Doch dies zeigte wenig an Wirkungsgrad, da ich um Längen verfehlte, aber immer perfekt traf. Er setzte sich und lief mir gespannt entgegen, in der Hoffnung, ich würde den Ball nicht halten, das natürlich auch zutraf. Wieder mal gewann ich das spannende Spiel, ohne jemals eine Sekunde meines untergeworfenen Lebens mit dem Helfen von klippomatischen Clowns zu verschwenden. Ich trank den letzten Schluck, in der Hoffnung, sie würden nicht bemerken, dass ich ihre Eselsbrücken für meine Zwecke weder missbrauchte, noch an Größe gewinnen Vermögen täte. Der Schlag saß, als ich in den Raum kam. Genau in dieser Sekunde stand er auf und begrüßte mich barsch, aber unfreundlich gesinnt. Ich wischte ihm die übrig gebliebenen Spucke aus seiner Hautporen, bevor diese sich zu einer klebrigen Masse verformen konnten. Er dankte mir höhnisch, ja gar sarkastisch, und trat mir vierzehnmal gegen den roten Maschettenknopf, den ich an meinem Rock befestigt hatte. Ich grinst ihm frechen Gesichter an, doch er wollte nicht aufhören. Ich war verstört. Dieser Moment, er veränderte mein Leben, ohne jegliche Auswirkungen auf meine Zukunft zu nehmen. Doch der bläulich eingefärbte Kreis an der Wand war nicht nur zur Dekoration des einstöckigen Turmes am Rande des Bodens verklebt. Ich erkannte sofort die Indizien für Rache des rotblütigen, weißen Adeligen, den ich zuvor am Stadtrand von Niederhausen, einem kleinen Ort in der Nähe der Matrix, übersehen habe. Aber ich sei Dank fuhr dieser Wiedererrichtung der Stadt und ertrank. Sein Blut verschmierte mir die Aussicht meines kleinen Volkswagen, den ich am Tage davor eine Opferung dargebracht haben könnte. Ich ernähre mich nun eh wieder, da es mir keine Aussichten auf unglückliche Jahre der nächsten Tage versprach. Rezeption der Kritiker Bujanscher Hochverlag Schlecht Gelbbräunde Den Verlag Ein wahrlich spannender Roman, ohne jemals von der Facette der Sehnlichkeit abzuweichen. Solch ein Meisterwerk kann nur vom berüchtigten Jürgen Buja oder jedem anderen stammen. Wirklich beeindruckend. Buja GmbH Verlag Ein impulsiver Verstaatlichung grotesker Annahmen und Meinungsreden, welche sich im Bereich des Übernatürlichen betroffen haben. Ich verbeuge mich vor ihrer Leistung und wünsche dem Herrn jegliches Glück, das er auf diesem recht behaglichen Planeten zu bekommen vermag. Rundfunk Buja statt. Ein Hochverrat an medizinischem Wissen über Delfin-Biologie-Studien, die niemals jemals Schaden anrichten konnten. Der Titel war sehr schlecht, auch wenn mir einige negative Aspekte einfallen würden. Um objektiv zu bleiben, muss aber ebenfalls zugegeben werden, dass alles schlecht ist. Alles in allem ein gelungener Roman vom Athleten Buja. Der Titel war der Titel. Der Titel war der Titel. Der Titel war der Titel.